Große Untersuchungsausschüsse erwarten müssen und große Parlamentsdebatten sowie entsprechende Brennpunkte und Sondersendungen der bekannten Talkshow-Formate. Nichts dergleichen ist geschehen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nichts dergleichen. Es ist auf nichts aufgearbeitet worden. Es wurden Milliarden versenkt zur Stärkung des Krankenhaussystems. Und gleichzeitig und immer noch wird die ganze Zeit erzählt, dass es Probleme gibt im Krankenhaussystem, dass man nach wie vor alle möglichen Sachen machen muss, um bloß die Überlastung.